Die Börsenminute von Julia Kistner Lieber Herr Finanzminister, es ist ja herrlich, wenn die Regierung inzwischen es auch gut findet, wenn ihre Bürger an der Börse privat vorsorgen. Aber vielleicht sollte die Finanzmarktaufsicht auch dem einen oder anderen Broker einmal wieder auf die Finger klopfen. Dass sie nämlich die Positionen in den Wertpapierdepots auch so auflisten, dass der Privatanleger die Darstellung seines Wertpapiervermögens nachvollziehen kann. Liebe Damen und Herren der FMA in Österreich, schaut euch zum Beispiel doch bitte einmal diesbezüglich die Gipflogenheiten der Easy Bank an. Beispiel gefälligt, da hat mich ein Börsenminute-Hörer völlig schockiert kontaktiert, wie es denn sein kann, dass er ausgerechnet mit der Kursrakete des Jahres, dem teuersten Börsenwert Europas, dem Abnehm-Füllendreher Novo Nordisk, 40% im Minus ist. Wie bitte? Was war? Novo Nordisk hatte letzte Woche einen Aktiensplitt durchgeführt. Dem armen Hörer wurde der Preis pro Aktie halbiert, aber nicht sofort die Anzahl der eingebuchten Aktien verdoppelt. Aktiensplitting ist überhaupt so ein Thema, wo man danach unbedingt sein Portfolio prüfen sollte. Denn damit fängt in der Regel das Chaos im Depot richtig an. Beim schwedischen Baumaschinenhersteller Atlas Copco beispielsweise. Dort wird 2022 ein Aktiensplitt von 5 zu 1 durchgeführt. So weit, so gut. Man verfolgt ja die Nachrichten. In seinem Wertpapier sieht man dann auch, dass seine an der US-Börse in US-Dollar erworbenen Atlas Copco Aktien nur noch ein Fünftel wert sind. Dafür findet man aber eine weitere Position im Portfolio, allerdings in schwedischen Kronen, die mit 0 Euro Kaufpreis eingebucht sind, aber nicht mehr die Differenz ausmachen, die einem der Splitt der Aktien gekostet hat. Kurzum, es lässt sich nach einer Weile nicht mehr verfolgen oder überblicken, ob nach dem Splitt auch die richtige Summe eingebucht wurde. Wäre das nicht fair, wenn man da eine Darstellung bekommt, die übersichtlich dokumentiert, dass der Wert vor und die eingebuchten zwei Werte danach dasselbe wert sind? Hat jemand zufällig den letzten Splitt bei Amazon bei der Easy Bank mitgemacht? Herzliches Beileid. Auch hier war die Aufstellung alles andere als anlegerfreundlich. Kein Wunder also, dass sich da der eine oder andere nach seinem guten, alten, dafür übersichtlichen Sparbuch sehnt. Auch ein anderer Hörer fühlt sich seiner Depotbank, zufällig auch wieder die Easy Bank, ausgeliefert. Nach mehreren Anfragen, ob man ihm die mehr oder weniger wertlosen russischen Gazprom-ADRs ausbuchen könnte, wird er stets vertröstet. Es besteht wohl seitens des Brokers auch wenig Interesse auszubuchen. Für jede Wertpapierposition kassiert die Easy Bank nämlich mindestens 4,50 Euro plus Mehrwertsteuer im Jahr. Ich bin mir sicher, es gibt ähnliche Erfahrungsbeispiele aus Deutschland oder der Schweiz. Schreibt sie mir doch bitte in den Kommentar oder an julia.geldmeisterin.com Es dankt schon einmal Börsenminute-Host Julia Kistner, der euch ein Wochenende ohne Ärgernisse wünscht. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.